Hi Leute und willkommen zu einer neuen Livestream-Ankündigung der Monster Factory. Ähm, natürlich mit dem Sebi, darf ich natürlich nicht vergessen, wir streamen natürlich wieder gemeinsam. Ähm, nächster Livestream mit Monster Factory wird sein am Dienstag, also quasi morgen. Das ist sehr nah, das ist sehr nah. Genau, ab 17 Uhr, ich denke mal, dass wir auf alle Fälle so, ich tippe mal auf gut 20 Uhr, also vor 20 Uhr werden wir nicht Fahrerabend machen. Und wir hoffen natürlich, ihr seid genauso zahlreich dabei wie beim letzten Mal und freut euch natürlich drauf, dass wir wieder ein bisschen Minecraft zocken für euch. Wir machen das ja quasi, weil die Resonanz so gut war, einfach jetzt ein bisschen öfter. Ja. Aber, für alle, die den Stream verpasst haben, gibt es mal eine kleine Sneak Peek. Ja, und zwar, ab wann wollen wir das Ganze denn machen? Ähm, du meinst die, ja, ich würde sagen, ab Mittwoch werden die Folgen. Hochgeladen. Und zwar täglich. Wir können euch aber gleich versprechen, dass ihr nicht so schnell hinterherkommen werdet, wie wir streamen. Genau, weil, also wir haben jetzt zwar geplant, ihr kriegt halbe Stunden Folgen. Mhm. Äh, der Monster Factory, ähm, täglich. Äh, wir müssen jetzt mal alleine, wenn wir den Stream vom Sonntag nehmen, das waren gute 5 Stunden, das sind quasi 10 Parts. Ähm, die dann quasi ab Mittwoch hochgeladen werden täglich. Und ihr könnt natürlich dann auch die Streams im Nachhinein gucken oder wenn euch speziell irgendwie was aus dem Stream gefallen hat, könnt ihr euch das auch nochmal angucken, je nachdem wie ihr wollt, ne? Genau. Also, und wir spazieren jetzt mal kurz hier über unsere Landfläche. Äh, können wir machen. Natürlich, um das Video wieder in die Länge zu ziehen. Genau, um das Video einfach mal auf 2-3 Minuten Länge zu bringen. Also, ähm, wie ihr sehen könnt, wir haben es geschafft, ein Haus zu bauen. Ein kleines. Vor allem, was ich extrem cool finde, ist die Aussicht, echt. Ja, die Aussicht hat schon was und vor allem haben wir hier genau bei dem Aussichtspunkt, äh, einen Sonnenuntergang. Das haben wir bisher gemacht, wir haben einige Kisten, wir haben einiges an Werkzeuges, mein, äh, ganz spezielles, äh, Teeofen-Teil. Ja, Mann. Ja, der Teeofen. Ja, wir gucken jetzt natürlich nicht in die Kisten, das wäre ein bisschen zu viel. Ja, das, äh, wäre wirklich, ne? Wir haben Rucksäcke und wir haben eine ganz kleine Smeltery. Und natürlich unser Tinkers-Zeug, damit wir uns, äh, Werkzeuge herstellen können. Er muss natürlich gleich wieder hochgehen. Für alle, die jetzt quasi am Sonntag nicht dabei waren, ist das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack, was wir denn alles geschafft haben. Mhm. Bisher. Ja, war extrem lustig, also es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ey, der, der Wald da drüben, weißt du, den hab ich vor einer halben Stunde oder so angepflanzt. Ist gut, ne? Mhm, also ist echt gut. Ne. Ja, ähm, bevor wir das... Ja, wo wir noch drüber nachdenken, ist, ähm, wir hatten jetzt noch die, äh, Lincano-Mobs drin, sondern ich glaube, die werden wir rausnehmen. Ich glaube, ja. Äh, denn das Problem ist, wir spawnen hier zu wenig normale Mobs, also eigentlich gar keine. Ihr seht das ja jetzt auch, wo es dunkel wird, es kommt einfach nichts an Creepern oder so. Und gerade mit den Creepern könnte es dann ab und zu ein bisschen lustig werden. Ja, ich glaube auch, das wird noch ganz lustig. Und, ja, ne, wie gesagt, bevor wir das Video noch, äh, großartig in die Länge ziehen, Stream Monster Factory, also Minecraft Monster Factory, so muss ich es ja sagen, Vize Beat Monster, nächsten Dienstag oder am Dienstag 24, ne, Achtung, 26. 26. Oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander, bevor ich hier die Abonnenten auch noch verwirre. Ab 17 Uhr, wie immer, auf dem, äh, Twitch-Channel SebiCrew live und Herr Blaze. Wir posten euch natürlich den Multi-Twitch-Channel unten in die Beschreibung. Genau. Also. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.